hallo meine freunde und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist erzen und zwar wollen wir heute mal age of empire testen was heißt testen zocken bis der arzt kommt so wie war das jetzt nochmal einzelspieler glaube ich und dann war das gefecht das freie spiel 3 gegen 3 kultur spaltung einzelspieler gegen war das das um vorzufahren mitte ja mama mitte was hatten dafür hier heilige römische okay ich nehme die mongol oder die osman die sultanen nehmen wir mal die sultan platz spieler stellen genau die sultanen 1 2 3 mal nehmen wir einmal england die heiligen römer links hier und die russen so okay und dann war zeichen alles gut das rohstoffe oder kann so bleiben oder rohstoff oder stadtrohstoffe stadtrohstoffe karten zahlen wollen wir auch nicht haben so das ist gigantisch schmacken europa ja sieht gut aus mit gewässern europa team zufällig positionieren harte wechseln schwarzer wald schwarzer wald ok und wollen wir starten hier beginnt ich bin mit england na super die engländer ging es mit den sultanen sultanat ok spann und lift der ursache ihrer gameplay tipp vernachlässigen sie den handel nicht komm mal ein bisschen mitte 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 die alten teile schon gemocht geliebt sind jetzt die neue teile bin so spannend auf das spiel das kann nur gut sein das ist der hammer der hammer spiel das ist unerklärbar meine freunde das ist das beste spiel der strategie noch besser gibt es nur noch arno und arno ist schon ein bisschen sehr fortgeschritten also das ist schon ja da muss man sich ein bisschen sehr anstrengend dass man da ein bisschen was ja so kommt machen wir jetzt starten du geh mal eine ziege holen du baust mir mal hier also von der grafik von allen hinsichten ist das der hammer einfach fällt mir nichts ein zu sagen wo es gewälder hier wo sind die wälder zack 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 komm schneller her ok 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 zack ok 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 j Mann, Leiter. So. Dann fangt man nicht mehr der Hals. So. Zack. Machen wir mal erstmal hier einmal anfangen. Mit dem Hals. Du machst hier weiter. Das ist jetzt mal hier. Ja. 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 Okay. Ja. Okay. Okay. So. Wir brauchen noch ein paar Menschen. Ja. Tun. Nein. Ja, doch. Mach mal eine Mühle erstmal hier. Äh. Machen wir die Mühle hier hin. So. So. Und. Zack. M8 schon. M8 schon. M8. 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 man ist ansonsten Schmerz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Wer kann das glauben? Spiro. und nochmal neuerung und du machst mir hier oh ja einmal diese und wieder so und 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 schaffst du schaffst du komm herab ich brauche auch ein paar steine angreifen ich brauche 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 Keiner schlug der Verletzung. Doch hier wendete sich. Inge. Hier sind die Flüge. Und an der Flüge. In Schuss sind so. Oh. 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 De Wilhelm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 10,66. So, die Schlacht von Hössling. Okay. Also, ihr Koffer ist es wie früher. Wollen wir mal sehen. Ich war schon aufgeregt, wo ich gehört habe, dass der Age of Empires 4 jetzt rauskommt. Und jetzt ist er raus und ich bin noch mehr aufgeregt. Es muss einfach... Das ist eigentlich schon geil. Okay. 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 Das greift an Jungs. Genau, töten sie die Sachsen im Schildswahl, im Schildswahl, Schildswahl, wie, oh was. Schildswahl, Schildswahl stoppen. Was ist denn das Schildswahl? Schildswahl, Schildswahl. Jóns, was macht ihr denn, Mann? Mann, lætur það. Mann könig, koma her. Mann könig, koma her. Mann könig, koma her. Mann könig, koma her. Ja, da bleib mal her. Nuh-uh. 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 Nuh-uh-uh. Nuh-uh. 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 Nuh-uh-uh. Nuh-uh. Nuh-uh-uh. Angriff. Angriff. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte eine Kampagne von Anfang an, ich meine... Ja, okay. Oh, da liegt er. Der Arme. Siegeroberung. Das war leicht.